Ja und heute ist er bei uns, hat das ganze Tabbertragen, bis auf die Szenen im Fitnessstudio. Die hätten Sie auch rausgenommen, wenn Sie gedacht hätten. Im Nachhinein, ich habe mir schon einen ganzen Teil angeschaut. Ich habe das ja bis jetzt auch noch nicht gesehen, bis vor einer Woche zum ersten Mal. Ich finde es beeindruckend, was Aljoscha Pause einfach da geschafft hat, mit wahnsinnig viel Fleiß. Aber das mit dem Fitnessstudio konnte ich mir selbst nicht angucken, da habe ich vorgespult. Apropos Fleiß, was man wirklich sehr schnell begreift, dieser Jens Spahn, wenn man das sieht. Das ist ein fleißiger Typ, um ein Haar, Abi 1,0, um einen Punkt verpasst. Das ist ein Stratege, der ist voller Ehrgeiz. Sie sagen selber, wenn ich diesen inneren Antrieb nicht hätte, wäre ich auch im falschen Job. Wo will Ihr Ehrgeiz eigentlich hin mit Ihnen? Naja, wird man ohne Ehrgeiz Stern-TV-Moderator? Absolut nicht, aber ich bin da, wo ich hin will, das kann ich sagen. Also das habe ich schon mit Mitte 20 gesagt, das ist hier mein Platz. Das hier ist Ihr Job, gut. Absolut, aber wo will Ihr Ehrgeiz hin mit Ihnen? Ich wollte nur dieses, weil ich diesen Begriff Ehrgeiz immer, jetzt nicht bei Ihnen, aber gelegentlich ist das ja so ein Vorwurf, der ist ehrgeizig. Und denke ich mir immer, ohne Ehrgeiz schaffst du auch kein Seepferdchen. Also dass man irgendwie das nur gut macht, ob im Hobby, beim Fußball oder eben im Job, hat ja was damit zu tun, dass man was erreichen will. Und in der Politik, ich habe Politik begonnen, weil ich was verändern will, einen Unterschied machen will für die Menschen, fürs Land, für die Stadt damals, in Aarhus, in meiner Heimatstadt. Und das geht nur in einem politischen Amt. Also man muss gewählt werden. Das heißt... Das ist jetzt die feine, bescheidene Politikerantwort. Aber tatsächlich... Ich war ja noch in der Vorbereitung. Ja, ich will Ihnen mal ein bisschen helfen, damit wir auf Fahrt kommen. 2020 waren Sie im Grunde schon fast so was wie potenzieller Kanzlerkandidat. Sie waren in der Corona-Pandemie in der Hitliste der beliebtesten Politiker ganz vorne vor Frau Merkel. Und dann kam irgendwie so eine Serie von unglücklichen Momenten, Pannen, Affären, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Und Sie haben sich dann doch hinter Laschet wieder eingereiht. Wie fand das Ihr Ehrgeiz? Naja, es geht ja, ob Sie jetzt glauben oder nicht, nicht um mich zuallererst. Es geht darum, was ist das Richtige für das Land in der Pandemie zumal? Auch was ist das Richtige für die Partei? Aber ganz ehrlich, der Ehrgeiz denkt nicht ans Land. Der Ehrgeiz denkt auch an den eigenen Erfolg, oder? Nein, Politik ist jetzt für mich jedenfalls auch kein Selbstzweck. Es geht ja irgendwie auch nicht nur darum, dass da draußen irgendwas dran steht, irgendwie Minister oder sonst was, sondern ich will einen Unterschied machen. Das geht halt am Ende auch nur im Team und in der Zusammenarbeit. Und wissen Sie, als Bundesminister kann man echt einen Unterschied machen. Ich konnte für vier Millionen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, jeden Tag mithelfen, dass es etwas besser jedenfalls wird, Schritt für Schritt. In der Pandemie einen Unterschied machen. Und wenn Sie fragen, wo will ich hin? Ich würde gerne mithelfen, mitmachen. Ich habe mich ja geprüft nach 20 Jahren in der Politik. Brennt da noch was? Und ja, es brennt noch was. Ich habe noch Bock, wenn Sie so wollen. Ich habe noch Lust, noch mal wieder in eine Regierung, ins Regieren zu kommen, ja. Und das hat man ja auch immer gemerkt daran, dass der Spahn manchmal ein bisschen lauter, ein bisschen schärfer formuliert hat. Da sagen manche, das ist ein Populist, das ist ein Lautsprecher. Sie haben zum Beispiel ganz früh schon ein Burka-Verbot gefordert, obwohl es in Deutschland statistisch kaum messbar Burka-Trägerinnen gibt. Sollen wir mal zusammen durch Bad Codesberg gehen? Das können wir gerne tun. Sie haben als Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland, gesagt hat, haben Sie laut widersprochen, haben gesagt, da gehe ich so nicht mit. Sie haben Merkels Flüchtlingspolitik als so eine Art Staatsversagen bezeichnet. Und dann gab es diesen Satz, Hartz IV bedeutet nicht Armut. Und da gab es einen Megaschitstorm. Sie wundern sich, dass Sie da immer wieder im Feuer stehen? Der Satz ging übrigens weiter, sondern Hartz IV ist unsere Antwort auf Armut. Denn das ist ja die soziale Sicherungsleistung, um eben in der Situation zu unterstützen. Aber so ausgewogen hat Ihnen offenbar niemand gehört. Es gab richtig, richtig Randale. Und Sie haben tatsächlich, sagen Sie in der Doku, nichts kommen sehen. Sie haben nicht geahnt, was da für ein Shitstorm aufgefallen ist. Bei dem, also das, was manchmal so als Strategie gedeutet wird im Nachhinein oder als geplante Provokation oder sonst was. Bei dem Interview haben wir drüber geschaut vorher, was könnten so die Themen sein, die anschließend diskutiert werden. Auf das Thema wären wir nicht gekommen. So ist das manchmal. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass debattiert, dass diskutiert wird. Das sind Themen, die Sie angesprochen haben, auch andere. Die beschäftigen mich. Ich weiß, sie beschäftigen auch andere Menschen. Und dann finde ich einfach wichtig, dass sie auch besprochen werden. Dass auch ausgesprochen wird, was ist. Und im Zweifel auch das, was sein soll, ja. Ihr Mann, Daniel Funke, sagt in der Doku, dieser Hartz-IV-Satz war, ich zitiere, vielleicht kalt. Hat er recht? Könnte da was dran sein? Ja, wenn der so als Halbsatz ist, wie Sie ihn gerade zitiert haben, dann wirkt er kalt, dann ist er kalt, ja. Dann verstehe ich auch, wenn man ihn so als Einzelsatz nimmt, die Aufregung. Wenn er in dem Kontext ist, wirkt er anders, aber da musst du als Politiker jederzeit mit rechnen und sich das auch anrechnen lassen, dass der Satz als solcher dann alleine steht. Und dann, ja, wirkt er kalt. Ihr Mann hat Ihnen auch einen Hoodie geschenkt, den er im Internet gefunden hat. Haben wir auch als Foto hier, ein Hoodie mit dem Aufdruck, sehen wir es? Lebe so, dass Jens Spahn etwas dagegen hätte. Und Sie sagen, Sie können sich gar nicht so richtig erklären, wie so ein Spruch entsteht. Haben Sie wirklich keine Ahnung, wie Sie wahrgenommen werden? Naja, ich frage mich halt immer, was glauben die, wie ich lebe? Also, es scheint ja eine Vorstellung davon zu sein, dass das irgendwie alles furchtbar langweilig, späßig, ich weiß nicht, was ist. Und dann denke ich mir immer... Ich glaube nicht, dass es darum geht, wie Jens Spahn lebt, sondern dass Jens Spahn offenbar den Eindruck macht, dass er zu viel Wildheit, zu viel Abseits von den Regeln nicht toleriert. Im Gegenteil. Wissen Sie, was ich wirklich liebe, was ich wirklich mag, ist ein freies, offenes Land. Wildheit gerne und viel. Aber zum Beispiel eben ein radikaler, konservativer Islam oder auch ein konservativer, radikaler Katholizismus, ist mir jetzt egal, von welcher Seite Sie kommen oder jede extreme Position engt Vielfalt immer ein, weil sie nur das eigene sieht und im Zweifel bestimmen will. Und das ist genau das, was mich beschäftigt, dass wir an vielen Stellen mit manchen auch Denk- und Diskussionsverboten die Wildheit, wenn Sie so wollen, die Freiheit einschränken. Das ist mein eigentlicher Punkt. Ich versuche es zum Schluss nochmal mit einer weiteren Schlagzeile für morgen früh. Ihr Mann sagt ja, da ist eine tiefe Sehnsucht nach Kindern und Sie sagen in der Doku auch, ich glaube, dass wir gute Eltern wären. Das ist eine reale Option für die nächsten Jahre? Also ich kann mir das gut vorstellen, oder wir können uns das gut zusammen vorstellen. Aber man muss eben natürlich schauen, ist offensichtlich nicht so einfach möglich. Und zum Zweiten, wenn dann auch bald. Also das Konzept der Vater, die Väter sind 80, wenn das Kind 18 ist, das ist jedenfalls keins, was wir uns vorstellen können. Also wenn, dann muss sich das in den nächsten Jahren ergeben. Mir reicht ja schon die Schlagzeile, Jens Spahn, Kinder, wenn, dann bald. Meinen Sie jetzt für Ihre Tickermeldung? Ja, das werden wir morgen früh vielleicht lesen. Okay. In diesem Internet. Also, die Doku über Jens Spahn auf RTL Plus heißt Second Move Kills. Klingt ein bisschen nach Chuck Norris und Hollywood, ist aber Jens Spahn und Münsterland. Und trotzdem spannend. Und Sie können sie ab heute streamen auf RTL Plus.